Das ist ein gutes Zeichen, ja? Wir spielen viele Songs vom neuen Album, aber nicht, weil wir euch quälen wollen, sondern weil das neue Album sehr, sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach. Und auch eurer Meinung nach, denn es war in der Schweiz sehr gut in den Charts. Also, sozusagen, man, man should speak English. Und dann, ja, es gibt ein paar Leute, ich war nur sagen, du bist nicht von Switzerland, oder du bist 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 von Switzerland. Ja, ich war nur sagen, dass die Germanen Partie von Switzerland wirklich ließ unsere Albums. Und die French Partie auch. Anyway, wir werden noch ein paar neue Sachen, auch. Ein paar olde Sachen, aber auch ein paar neue Sachen, weil die Album sehr gut ist, hier in Switzerland und überall. Und ich bin wirklich froh, und wir sind wirklich froh, und wir sind wirklich froh, von der Album. So, ich hoffe, dass du nicht mindst, wir werden noch ein paar neue Album machen. Mit einem singen, das ist sehr, 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 sehr zu meinem Herz. A singen, without whom, probably, dieses Projekt würde nicht even existieren. A great friend, an enchanting Storyteller. This one is called A Restless Heart and Obsidian Skies. 1 2 están 3 4 3 1 1 1 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020